Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich außerordentlich, heute hier zum Thema Wachstum und Nachhaltigkeit sprechen zu dürfen. Und bevor ich kurz das Unternehmen vorstelle, noch zwei Anmerkungen. Erstens, ich bin glücklich. Zweitens, ich schleppe noch 175 Urlaubstage vor mir her, die ich nicht nehmen konnte in den letzten Tagen. Und ich arbeite fast jedes Wochenende und bin trotzdem immer noch glücklich. Und ich bin auch sehr stolz darauf, ein Unternehmen leiten zu dürfen, das in den letzten 15 Jahren hier in der Stadt Bern eine beispiellose Entwicklung, eine Wachstumsentwicklung durchlaufen hat. Und möchte Sie auf eine kleine Reise durch diese Geschichte mitnehmen, die auf vielen Faktoren basiert. Aber im Endeffekt, und da bin ich überzeugt, als Unternehmer, ich bin angestellt, kein Besitzer, aber ich spreche von mir als Unternehmer, der Verantwortung trägt für seine Mitarbeitenden. Und die Mitarbeitenden sind im Fokus von allen unternehmerischen Tätigkeiten. Und Sie werden sehen, dass Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen sehr stark auch mit den Mitarbeitern verbunden ist. Aber zunächst noch ein paar Worte zu CSL Behring. CSL Behring hier in Bern ist Teil eines globalen Unternehmens, das seinen Hauptsitz in Australien hat. Dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, das achtgrößte Biotech-Unternehmen der Welt ist und mit Abstand das größte pharmazeutische Unternehmen in Australien. Wir haben heute über 14.000 Mitarbeiter, sind global aufgestellt und im letzten Jahr haben wir 5,6 Milliarden US-Dollar gemacht. Und die Hälfte davon wurde hier im Wankdorf in Bern produziert. Wir sind ein börsenkotiertes Unternehmen und der Börsenkurs hat sich seit dem Börsengang 1994 ver-250-fach. Auch in diesem Sinne ein immenses Wachstum, das das Unternehmen generieren hat können. Worauf basiert das alles? Vielleicht noch ein paar Worte zur Struktur. Wir sind aufgestellt mit zwei Divisionen. Einmal die CSL Behring, in der ich selbst tätig bin. Wir stellen Arzneimittel aus menschlichem Plasma her. Und wir haben noch eine zweite Division, Securos. Das ist ein Impfstoffhersteller. Kürzlich haben wir den Grippeimpfstoffpart von Novartis erworben und sind damit zum zweitgrößten Grippeimpfstoffhersteller der Welt geworden. Im Bereich der Plasma-Arzneimittel sind wir Weltmarktführer. Wir sind aufgestellt mit sowohl Forschungs- wie Produktions- und Vertriebsgesellschaften in der ganzen Welt. Eben in Australien das Hauptquartier. Wir sind in den USA stark aufgestellt, haben dort einen Produktions- und Forschungsstandort. Natürlich einen in Australien, in Melbourne. Und wir haben in Europa zwei Standorte, einen in Deutschland und eben einen in Bern. Wobei noch ein zweiter hinzukommt. Sie sahen ja auf der ersten Folie Direktionspräsident von zwei Unternehmen. Ich komme ganz am Schluss noch mit einigen Worten auf diesen wichtigen Schritt und innovativen und zukunftsgerichtigen Schritt von CSL zu sprechen. Ich möchte auch nicht vergessen, wir sind auch in Asien tätig. Wir haben Vertriebsgesellschaften in Japan seit vielen Jahren. Und wir sind auch der Marktführer für plasmatische Arzneistoffe in China. Derzeit mit Abstand der am stärksten wachsende Markt, auch in unserem Produktbereich. Ich glaube, das kann ich überspringen. Vielleicht noch ein wichtiges Wort. Arzneimittel aus menschlichem Plasma. Was sind das eigentlich? Das sind vor allem die Blutgerinnungsstoffe, Faktor 8, Faktor 9, Stoffe, die den Blutern fehlen. Und wenn Sie die nicht bekommen, führen Sie ein qualitativ sehr schlechtes Leben. Unbehandelt führt es zum frühen Tode. Ähnlich auch die Immunglobuline, die man aus dem Plasma gewinnt. Es gibt Menschen, denen diese Stoffe fehlen, haben keinen Schutz vor Infektionen, sterben normalerweise im Kindesalter. In hochentwickelten Ländern wie in Europa oder in den USA oder in vielen asiatischen Ländern wird das heute diagnostiziert und therapiert. Aber es ist in diesen Fällen auch eine lebenslange Therapie notwendig, damit diese Menschen ein normales Leben führen können. Dazu braucht es das Plasma. Deswegen betreiben wir eine eigene Plasma-Organisation. Wir betreiben heute weit über 120 Spendezentren in den USA und Europa. Dieses Plasma ist ein sehr wertvoller, ein sehr teurer Rohstoff. Selbst mit der eigenen Gewinnung kostet ein Liter Plasma etwa 120 US-Dollar. Wir verarbeiten heute etwa 10 Millionen Liter Plasma. Sie können sich vorstellen, bei 5,5 Milliarden sind schon allein 1,5 Milliarden nur die Rohmaterialkosten. Dann sehen Sie, mit welchen Belastungen auch diese Industrie zu kämpfen hat, um dann schlussendlich auch ökonomisch erfolgreich diese Produkte den Patienten anbieten zu können. Ein wichtiger Faktor, und ich vertrete ja einen der Produktions- und Forschungsstandorte, sind diese Produktionsstätten. In CSL Behring sind es derzeit noch vier. Eben einer in Deutschland, unser größter, Sie sehen, mit 2.300 Mitarbeitenden in Marburg. Marburg ist der Ort, wo auch Emil von Behring tätig war, der ja als erster Nobelpreisträger der Medizin seinen Nobelpreis verwendet hat, um eine Firma zu gründen, die Behring-Werke. Und deren Teil, der sich mit den Plasma-Arzneistoffen beschäftigt, haben wir im Jahr 2004 akquiriert. Und so kamen die Standorte in Marburg und auch der in den USA in die Gruppe von CSL. Das ist ein Netzwerk von integrierten Standorten, die allesamt Plasma verarbeiten. Und dann jeder der einzelnen Standorte als Center of Excellence eine spezielle Arzneistoffgruppe verarbeitet und produziert für den weltweiten Markt. So ist zum Beispiel Marburg der Center of Excellence für die Gerinnungsfaktoren, also für diese Produkte, für die Bluter, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. In den USA haben wir mit etwa 1.100 Mitarbeitenden einen mittelgroßen Standort. Dort werden vor allem Zwischenprodukte produziert und auch Gerinnungsfaktoren und ein Spezialprodukt, dessen Name so kompliziert ist, dass ich ihn nur abgekürzt darstelle. Alpha-1-Proteinase-Inhibitor. Das ist ein Medikament für eine ganz seltene Lungenerkrankung. Derzeit werden weltweit etwa 2.500 Patienten nur behandelt. Eine sogenannte Orphan Disease und die würden unbehandelt etwa im Alter von 25 bis 30 Jahren sterben. Mit Behandlung haben sie fast eine normale Lebenserwartung. 65 bis 70 Jahre ist heute das Durchschnittsalter von behandelten Patienten mit dieser Erkrankung. In Australien haben wir etwa 800 Mitarbeiter. Das ist ein Standort, der vor allem für die asiatischen und australischen Märkte als Lohnhersteller tätig ist, aber durch ein globales Projekt nun integriert wird. Und Produkte, die in Bern entwickelt wurden, werden in Zukunft auch in den USA und auch in Australien produziert. Hintergrund dort ist, dass die Prozesse und Produkte aus Bern, die am effizientesten, mit den höchsten Ausbeuten, mit der besten Qualität entwickelt und produziert wurden. Und wir damit diese Innovation und diese Produktivitätssteigerung nun auch in die anderen Standorte bringen werden. Und damit bin ich beim letzten Standort, für den ich verantwortlich bin. Heute mit 1400 Mitarbeitenden ist Center of Excellence für die Immunglobuline und ist am Wankdorf seit über 67 Jahren aktiv. Hat früher dem Schweizerischen Roten Kreuz gehört und war als Zentrallaboratorium Blutspendedienst des SRK auch hier in Bern bekannt. Nun, Wachstum wird getrieben durch Innovation. Wir haben das heute in der Theorie x-mal gehört, Beispiele gesehen, auch für uns. Die Basis des Erfolgs, auch des Standortes von Bern, basiert auf Innovationen, auf bahnbrechenden Entwicklungen und die gehen sehr weit zurück. So haben zum Beispiel 54 mit Kistler und Nietzschmann, zwei Berner Forscher, am ZLB eine neue Technologie entwickelt. Diese Technologie tun wir zurzeit, 50 Jahre später, in die anderen Standorte transferieren, weil sie heute noch die besten sind der Welt. 25 Jahre später wurde hier in Bern das erste Immunglobulin zur intravenösen Therapie entwickelt, im ZLB. Das hat die Therapie der Immunerkrankungen weltweit revolutioniert. Es ist heute auch die Basis für die weiteren Produkte, die entwickelt wurden. Ich zeige sie dann gleich im nächsten Slide. Diese Kenntnisse sind in gemeinsamer Arbeit mit der Uni Bern, mit dem Inselspital und mit dem Zentrallabor entwickelt worden. Dann aber auch die Technologie. Schon 1993 waren wir als Unternehmen das Erste, dass eine papierlose Dokumentation, eine mannlose Operation über Nacht, wir haben das vorhin gehört, 3D-Drucker, mannlos, Overnight. Bei uns ist das seit Jahrzehnten Technologie, die wir einsetzen, die heute dazu geführt hat, dass der Standort in Bern weltweit der kostengünstigste Produktionsstandort der gesamten Industrie ist. Viele werden da sich fragen, wie geht das? Technologie, Innovation. Und im Jahr 2000, und das ist das Jahr, als ich zum Unternehmen kam, ich war selbst dabei bei der ersten Produktionscharge, als wir eine Nanotechnologie als Sicherheitsverfahren in die Produktion eingeführt haben und damit wieder eine Führerschaft in unserer Industrie haben aufbauen können. Wachstum durch Innovation. In den vergangenen Jahren waren es vor allem zwei Produkte, nämlich das Privigen und das Hycentra. Zwei Produkte, Immunglobuline der nächsten Generation, die wir in Bern in Zusammenarbeit mit den Kollegen in Australien und den USA entwickelt haben und die heute beide in ihrer Therapiegruppe die Weltmarktführer sind. Privigen ist heute unser erster Blockbuster, also das erste Produkt in unserer Firma, das über eine Milliarde Umsatz erreicht hat. Privigen wird im nächsten Jahr zwei Milliarden Umsatz überschreiten. Innovation aus der Schweiz, aus Bern. Vielleicht noch wichtig, ein Unternehmen muss natürlich immer in die Zukunft schauen. Hier nur ein Bild des Produkteportfolios, das CSL heute darstellt. In allen Bereichen, das heißt sowohl im Lifecycle Management, also bei Produkten, die schon am Markt sind, wie auch in der Marktentwicklung Produkte, die man in neue Regionen einführt, in neuen Ländern zulässt, aber dann vor allem hier in der Forschung, in der frühen Phase, aber dann auch Präklinik, Klinik. Sie sehen, wir haben in allen Bereichen Produkte und diese drei hier, das sind die drei, die in Lengnau produziert werden. Und es freut mich ganz besonders, dass das erste der drei Produkte in Lengnau vor zwei Wochen seine erste Zulassung erhalten hat. Und es wird auch nächste Woche, wir haben die Signale erhalten, von der FDA zugelassen werden. Also Lengnau ist nicht mehr ein Projekt, das, wie soll ich sagen, in den Sternen steht, sondern Lengnau ist heute Realität, auch mit diesen Produkten. Nun, Wachstum. Ich zeige Ihnen ein Beispiel von Wachstum. Das sind die 16 Jahre, die ich am Unternehmen in CSL in Bern tätig sein durfte. Und Sie sehen, wir sind in dieser Zeit von etwas unter 300 Millionen Franken auf 2,3 Milliarden Franken im letzten Jahr angewachsen. Alles hier in der Stadt Bern realisiert und produziert und basierend auf den Produkten, die ich Ihnen gezeigt habe. Das Ganze ist natürlich einhergegangen mit Investitionen. Die sind jetzt relativ bescheiden. Wenn Sie das anschauen, über die Jahre hinweg entspricht diese Investitionssumme etwas mehr als 500 Millionen Schweizer Franken. Über 15 Jahre ist das gar nicht eine große Summe. Wenn Sie das in Relation setzen zu der etwa halben Milliarde, die wir in Lengnau investieren werden für diese drei rekombinanten Blutgerinnungsfaktoren, da sehen Sie auch, welche Dimension wir für diesen Standortentscheid in die Hand nehmen als Unternehmen. Einfach als Klammerbemerkung, derzeit sind im CSL-Konzern Investitionen in neue Anlagen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar unterwegs. Und wir haben etwa für eine weitere Milliarde in Planung für die nächsten Jahre. Das heißt, die nächsten Standortauswahlverfahren sind bereits wieder unterwegs. Und nun komme ich zu dem, was ich am Anfang sagte, was mir auch am meisten am Herzen liegt als Unternehmer, auch im Sinne unserer Verantwortung für die Gesellschaft, das sind die Mitarbeiter. Wir haben am Tag der Übernahme durch CSL mit 561 Mitarbeitenden gestartet. Wir sind Stand heute 1.437 Mitarbeitende in der Stadt Bern. Das ist ein beispielloses Wachstum in einer Zeit, die geprägt war durch alles andere als einfache Bedingungen. Sie sahen im Jahr 2008, da ist die ganze Welt am Boden gelegen. In den Jahren 2000 bis 2004, die auch bei uns kein großes Wachstum hatten, war unsere Branche in einer ganz schwierigen Phase der Konsolidierung. Und Sie sehen, das wirkliche Wachstum kam dann auch mit den innovativen Produkten, die den Markterfolg des Unternehmens in eine neue Dimension gebracht haben. Nun, um dieses Wachstum auch nachhaltig zu generieren, nachhaltig beleben zu können, sind die Mitarbeitenden der Kern. Deswegen sind die Mitarbeitenden wirklich im Herzen unseres Unternehmens und auch in meinem Herzen zentral. Wir haben dieses Bild am Haupteingang. Das sind alle Mitarbeitenden. Wir machen dieses Bild jedes Jahr einmal neu, damit sich jeder mit dem Unternehmen auch entsprechend identifizieren kann. Wir investieren in unsere Mitarbeiter. Dieses Bild ist eines unserer Entwicklungsprogramme, wo vom Mitarbeiter über den Gruppenleiter, die Führungsperson, die mehrere Gruppen führt, bis hin zum Organisationsführungsperson, alles abgedeckt ist. Personalentwicklung ist bei uns im Kern. Wir schauen von der Rekrutierung bis hin zur Entwicklung im Betrieb, der sogenannte Talent Review, die Nachfolgeplanung, eigene Entwicklungsprogramme, intern wie extern, Mentoring und Coaching. Das sind Themen, die bei uns von der untersten Führungsebene bis rauf zum CEO des globalen Unternehmens im Fokus sind. Und das Thema War for Talents können Sie sich vorstellen, in einem Land, in einem Kanton, das selbst in schwierigen Zeiten eine Arbeitslosigkeit hat, zwischen 2 und 2,9 Prozent derzeit. Die Arbeitskräfte sind nicht am Markt. Die müssen Sie praktisch auch sozusagen von anderen wegstehlen oder natürlich in Phasen, wenn es anderen nicht so gut geht. Und leider Gottes sind es in Bern einige pharmazeutische Unternehmen gewesen in der Vergangenheit, dann die zu uns holen und natürlich auch ausbilden. Etwas, was ich als besonders wichtig und nachhaltig empfinde, ist die Ausbildung auch im dualen Bildungssystem. Ich kann das nicht hoch genug betonen und vor zwei Tagen hat es der Bundespräsident am Arbeitgebertag auch nochmal betont, eine unserer großen Stärken in der Schweiz ist das duale Ausbildungssystem. Und da möchte ich auch erwähnen, in diesen 15 Jahren haben wir in CSL von drei Ausbildungsberufen unsere Palette auf neun erhöht und von zwölf Lehrstellen auf 40 erhöht. Und wir wollen das auch weiter in die Zukunft führen. Für Unternehmen ist aber auch ganz besonders wichtig die Kooperation in Forschung und Entwicklung an den Instituten. Vorhin sind einige genannt worden. Für uns natürlich alle Universitäten, ob das hier in Bern ist, die ETH, ob das die Fachhochschulen sind, aber auch so neue Institutionen wie Sittem Insel halten wir für entscheidend wichtig, um die Innovation auch in Zukunft auf dem Niveau zu halten, wo es heute ist. Daneben engagieren wir uns aber auch in anderen wichtigen Bereichen, nämlich auch in der Wirtschaftspolitik, in den verschiedensten Organisationen, den Clustern, auch im politischen Bereich, aber auch in Kultur und Sport. Und das zeige ich wieder auf, um den Mitarbeiterfokus zu zeigen. Wir haben heute an jedem Match vom IB und SCB 50 Tickets, die wir den Mitarbeitern gratis zur Verfügung stellen. Wir haben Tickets für Oper, Theater und Ballett, für Museen. Wir wollen den Mitarbeitern mit diesem Paket auch aufzeigen, dass es andere Dinge gibt, die glücklich machen, als nur die Arbeit. Wir haben gehört, es ist wichtig, dass man gern zum Arbeiten geht und dass man Freude hat dabei, aber es ist auch wichtig, dass das Glück rundherum stimmt. Deswegen haben wir eine große Zahl von Fringe-Benefits und fast keiner davon ist Geld. Wir fokussieren nicht auf dem Geldverdienen. Das ist etwas, was auch dazu gehört. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein wichtiger Nebeneffekt. Aber alles andere, das sind nicht monetäre Benefits, die, und das kann ich Ihnen sagen, fast höher gewertschätzt werden als ein hohes Salär. Dann ist es aber doch so, dass auch die Anlagen, die Technologien eine große Rolle spielen. Ich will hier nur einige Bilder zeigen dieser Anlagen, die tatsächlich sieben Tage die Woche, 24 Stunden produzieren. Und in keinem dieser Bereiche fahren wir Dreischicht. Sie sind über Nacht, mannlos, dokumentieren, papierlos, elektronisch. Industrie 4.0 ist bei uns praktisch an der Tür. Wir sind dort parat für die nächsten Schritte. Betriebseffizienz ist ein wichtiges Element, um auch als Werkplatz Schweiz in die Zukunft führen zu können. Und die Erfolge des Standortes hier in Bern waren auch mit ausschlaggebend, eben für den Standortentscheid, die neuen Produkte in Lengnau zu realisieren. Und Sie sehen Automatisierung, Computerisierung, Elektronik und eben auch die höchste Ausbeute. Bei einem Rohmaterial, das so teuer ist, wie ich es vorhin erwähnt habe, das spielt eine große Rolle. Nichtsdestotrotz sind auch andere Faktoren von Bedeutung. Und auch da kann ich mit Stolz sagen, dass wir nicht erst seit zehn Jahren Umweltschutz als einen wichtigen Faktor in der Produktion ansehen. Wir haben bereits vor über 20 Jahren mit modernen Kühltechnologien, mit Redestillationsanlagen, mit anderen, mit Wärmerückgewinnung, Investitionen getragen. Das ist ein Bild unserer Rückdestillationsanlage. Die sind in den ersten zehn Jahren teurer gewesen, als hätte man den Alkohol, der dort destilliert wird, verbrannt und neu gekauft. Aber seit eben 15 Jahren verdienen wir mit dieser richtungsweisenden Entscheidung auch Geld. Wir sparen Kosten. Deswegen haben wir auch dieses Jahr bereits wieder zum zweiten Mal eine neue Umweltstrategie am Standort definiert, die wir auch an alle Mitarbeitenden verteilt haben. Weil jeder muss mitmachen. Unsere Überzeugung ist, wir alle tragen zu dem Erfolg bei, wenn man eine solche Strategie auch im Unternehmen umsetzen will. Was aber auch sehr wichtig ist, das ist ein Wertekanon, ein Wertepaket. Und diese Werte haben wir im Jahr 2000, als CSL uns als erstes ausländisches Unternehmen erworben hat, gemeinsam entwickelt. Fünf Werte, einfache Werte, Kundenfokus, Innovation. Sie sehen Innovation als Wert. Integrität, Zusammenarbeit und einer, den ich auch als sehr wichtigen anschaue, Spitzenleistungen. Wir wollen in dem, was wir tun, die Besten sein. Und ich glaube, die Schweiz zeigt immer wieder, dass sie an der Spitze ist. Und diese Spitzenleistungen, das ist wirklich ein Wert. Und wenn man den auch nach außen trägt, ist man in der Lage, den Erfolg in die Zukunft zu tragen und besser sein als zu anderen. Wir treten nicht an, um die Zweiten zu sein. Ja, und dann ganz am Schluss noch ein Ausblick in unsere, ja auch in meine Zukunft. Mein Büro wird in etwa vier Jahren, denke ich, etwa hier sein. Das ist ein Bild, wie der Standort in Lengnau dann zumal ausschauen wird. Lengnau hat eine lange Vorgeschichte. Zweieinhalb Jahre lang hat das Unternehmen diese größte Einzelinvestition in der Geschichte ausgewählt. Wir haben ein Verfahren über zweieinhalb Jahre gemacht und wir starteten mit einer Vielzahl von Ländern. All diese Länder, wo die glücklichen Menschen sind. Ich habe vorhin geschaut, diese Glückspünktchen, die waren alle da oben rechts. Und da war Irland dabei, da war Singapur dabei, die Schweiz. Also es hat wohl Wohlstand, Glück, aber auch Produktionskompetenz ist auch mit dabei. Wir haben dann über ein langwieriges Verfahren die entsprechenden Rahmenbedingungen ausgesehlt. Wir hatten dann fünf Standorte in vier Ländern, Irland, Singapur, Schweiz und Australien. Und dann, Sie wissen es, im Mai 2014 ist der Entscheid gefallen für den Standort in Bern. Und anschließend gingen dann die ganzen Planungsarbeiten, die Genehmigungsarbeiten durchs Land. Am 30. Juni konnten wir gemeinsam mit dem Volkswirtschaftsdirektor den Spatenstich durchführen. Wir sind seitdem am Bauen. Derzeit sind etwa 2000 Pfähle in den Grund getrieben worden. Wir müssen noch etwa 120.000 Kubikmeter Erde bewegen. Und wenn wir das geschaffen haben, werden wir etwa Mitte April, Anfang Mai die Bodenplatte gießen für die fünf großen Gebäude, die in dieser ersten Bauphase am Standort in Lengnau realisiert werden. Und dann im 2019 werden wir auf diesem Gelände dann die erste Produktionsanlage aufnehmen können. Ja, und was vielleicht am Schluss, Sie haben ein paar Mal auf den Folien diesen roten Punkt dort oben gesehen. Wir sprechen ja über Nachhaltigkeit. Wir sprachen viel über Glück und Zufriedenheit. Und ich bin außerordentlich stolz, dass mein Standort in Bern zum zweiten Mal nach 2012 auch im letzten Jahr als bester Arbeitgeber der Schweiz in der Kategorie der Großunternehmen über 1000 Mitarbeiter den ersten Platz erreicht hat. Das ist insbesondere deswegen eine besonders schöne Auszeichnung, weil sie von den Mitarbeitenden kommt und nicht von einer Jury und damit, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden einen Ausdruck erhalten hat. Und mit dieser kurzen Reise durch ein innovatives, wachsendes, aber auch sehr auf Nachhaltigkeit bedachtes Unternehmen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.